Ich muss den pushen, oder? Yes, das ist... FIRE! Fortnite zackt und wir quitten jetzt. Onstream. Das ist eine Message an Epic Games. Schickt euer Game. Holt die Noobs wieder zurück. Und ich gucke jetzt derweil, gucke ich mal, hat noch schöne Skins für euch. Es gibt bestimmt einen Skin, der sieht aus wie Trimax. Wenn ich Trimax eingebe, wird irgendein Fan... Roblox-Skin brauche ich. Roblox-Skin? Hier gibt es ein Dr. Phil-Gesicht als Skin. Gucken jetzt mal nach Trimax. Trimax. Profilname nicht verfügbar, bitte. Oh mein Gott, als ob ich irgendeinen Namen Trimax kriege. Der Fisch-Skin von Fortnite, den kriegt Trimax. Fortnite-Fisch. Max, ich habe deinen Skin gefunden. Ich habe deinen Skin gefunden. Robatra, sag mir einen Skin, den du haben möchtest. Gibt es irgendeinen mit so Hammer und Sicherung? Äh, Ritter. Schwarzer Ritter. Ich würde gerne an Stalin rumlaufen, da würde ich mich richtig sehen. Darf ich das sagen? Ja, Stalin. Ich gebe Stalin ein, warte. Josef Stalin als Villager. Ist perfekt. Ich habe jetzt schon mehr Spaß als an Fortnite. So, guck mal, wann am Revenside-Skin, Alter. Ich mache einen komplett nackten. Ich mache einen komplett nackten Skin. Ich gehe für komplett nackt. Also, wir haben hier einmal Trimax. Sehr schön. Mach mal hier mal, hier. Super. Minecraft ist ein geiles Game, das muss man auch supporten. Dann haben wir hier Stalin und mich komplett nackt. Das ist geil, Alter. Das ist geil, Mann. Richtig. Für Windows herunterladen. Ich drücke jetzt diesen Knopf. Kann man das Spiel durchhaben, wenn man normal Minecraft spielt? Oh, man kann es durchhaben, Max. Kann man irgendwas besiegen, dass man dann irgendwie... Ja, der kommt, ey. Von mir ist Klatschen wie der Ender-Drachen, Bro. Ist kein Problem. Können wir machen. Wir machen das ganz entspannt, Max. Wir machen das so ein super, super legeres Ding, weißt du? Alter, das ist so geil, was gerade passiert, Mann. Das macht mich gerade so geil, Mann. Das macht mich gerade richtig geil, Alter. Ey, wir fangen einfach komplett auf OG-Basis jetzt Minecraft an, Leute. Nachdem wir die ganze Zeit gefressen haben eben. So, ich finde hier meinen Skin. Okay, versuch mal, wenn du diesen Server zugefügt hast, ob du noch auf den Server connecten kannst, Bro. Man hat alles gesehen. Okay, und nun? Ist egal, ist egal, ist egal. IPs liegt, ist egal, wir haben eine Whitelist drauf. Whitelist at Trimax-Life. Trimax-Life, da ist er, Alter. Da ist er. Guck ihn dir an. Oh mein Gott, Alter, ist er da? Da ist er, Alter. Soll ich euch ein bisschen guiden? Also, ich würde erst mal aus dem Schnee-Bio mehr raus, weil ich es hier arg hässlich finde. Da ist eine Hase. Häser, wann gibt es Hase? Ist das schon jetzt ein bisschen länger? Okay, farm doch erst mal Holz, Jungs. Ich gucke, dass wir was zu essen besorgen, ja? Ist das geil, Mann. Ey, Max, ich schwöre dir, ich habe davon feuchte Träume gehabt. Ich bin ehrlich. Geil! Ich muss sagen, leider fühle ich es. Oh, wir haben da vorne direkt ein Iglo. Wir haben da vorne direkt ein Iglo. Wollt ihr mitkommen? Äh, was ist, ey? Sag mal erst mal, wie kann ich was bauen, zum Beispiel? Okay, Restklick. Kannst du Restklick drücken? Achso, nee, ich will was richtig krasses bauen. Dann geh mal auf E, dann machst du erst mal den Inventar auf, dann brauchst du erst mal ein Crafting-Table, Bro. Wir haben hier das Glück, hier ist ein Iglo direkt gespawnt. Ich habe schon mal ein Bett gefunden. Ich habe euch schon verloren. Lass uns zusammenbleiben. Crafting-Table ein Holzschwert machen. Mach das, Bro, mach das, mach das. Hast du schon, Alter, Romatra, nimm dir mal ein bisschen Wind aufgesegelt. Hier, das Schwein. Sehr gut, Max. Hier, iss das. Warte, kann ich das essen direkt? Kann ich das Schaden kassiert vom Schwein? Nee, nee, das war ein Skelett. Romatra, wir müssen zusammenhalten. Oh Gott, ein Monster. Oh mein Gott. Alter, no way. No way, no way. Ich habe ihn tot? Das Game ist ja super simpel, man muss immer nur angreifen. Ich bin tot. Hier, das sind krasse Skelette. Was? Wie schwarze Skelette oder was? Ja. Wirklich jetzt? Nein. Ey, lass einfach rennen, man muss auch wirklich mal rennen. Hey Mann, oh nee, die treffen mal am Auto-Aim. Du stirbst gerade. Spinne, greift mich an. Wo seid ihr, wo seid ihr? Warte, warte, ich bin hinter dir. Dann können wir uns nicht einfach ein Ein-Mal-Zweiloch bauen und oben zumachen. Max, du kannst jetzt hier nicht stehenbleiben, wir sind überall Monster. Komm mal runter jetzt. Echt? Okay, okay, na runter, runter, runter. Ach stimmt, so geht das ja. Man kann sich einfach unter die Erde bauen und zumachen, da kommen die nicht zu beinen, ne? Ey, wir haben echt den härtesten Start direkt von allem, aber das ist geil. Nimm das Cock. Das Cock, das guckt. Bubble. Das Cockt. Ich versuche jetzt schnell Romata zu retten, ja? Mach ich, ich rette ihn. Würdest du mitkommen? Klar. Wie mache ich nochmal meine Koordinaten auf und so? Mit F3. Oh Gott, Alter, alles voll. Das ist wie bei Tony Stark, Alter, im Anzug. XYZ 216, 54. Ich habe so Bock auf Minecraft, das ist krass, wie Bock ich da gerade drauf habe. Okay, Minimax, bist du ready? Ja. Dodge mal hier die Monster rechts von uns, bitte. Holy ****, das viele. Deshalb, nein, eigentlich nicht, aber... Wenn ich sterbe, gehe ich auf. Ne, 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 ne. Romata, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Komm raus, komm raus, wir sind safe. Ah, ich sehe dich, guck mal, ich bin über dir, Bro. Hier ist was zu essen. Hinter die Creeper rum, aber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe so ein Glück, Alter. Oh, hier ist ein Typ, der kann sich teleportieren? Tempo. Enderman, hast du ihn angeguckt? Ja, ja. Oh ****, Alter, ja moin. Was ist dann? Kann sein, dass der sich jetzt umbringen will. Die darfst du nicht angucken, die Schwarzen. Da, diese Endermänner. Die darfst du nicht angucken, die Schwarzen. Das klingt so wrong, Alter. Wie fühlst du dich dabei, Revi? Ich habe sonst auch noch Pilze für dich. Es macht so Bock gerade, Digga. Es ist wirklich Traum, Traumwelt war gerade. Max, komm mal hier, schau mal hier. Hier, Max. Der Busch hier. Rechts klick mal auf den Busch. Christo, Essen. Nimm dir das. Aber nicht durch den Busch durchlaufen, weil der macht Schaden, okay? Gar nicht in der Runde, weil dieses Game so schwierig ist. Wir müssen aus diesem Schneebiom raus. GG's. Fettes GG. Fettes GG, Leute. Da vorne ist ein Village. Let's go. Was ist genau eine Village? Village ist ein Dorf und da gibt es Essen. Da gibt es Essen und Villager, okay? Aber es kann sein, dass das Village gerade geradet wird. Dann haben wir die Arschkarte, dann sind wir direkt down. Aber wir können das Village jetzt erstmal zum Übernachten nutzen. Digga, die haben da einen Golem oder sowas. Ja, richtig. Den auf jeden Fall nicht slappen, anders bist du down. Was ist, wenn ich neben dem Golem stehe und einen Dorfbewohner angreife? Auch nicht geil. Der schlägt dich dann. Was ist, wenn ich deren Stuff kaputt mache? Auch nicht schön. Nicht die Glocke läuten, sonst laufen die alle rein. Ah, f***. Die haben keine Felder hier, die Affen. Die fischen ja nur rum. Alle Häuser durchluten, gucken, ob es hier irgendwo was Gutes zum Holen gibt und dann hauen wir ab. Ist ja krass. Ich bin wie ein Wikinger, nur, dass ich sie nicht töte und danach ihre Frauen mitnehme. Sonst bin ich wie ein Wikinger gerade. Zu Recht. Wikinger-Crosplay. Ich habe zwei Emeralds. Stark, stark, stark. Die können wir später noch benutzen. Leatherpants. Auch gut, zieht direkt an. Reds. Ein Block noch und dann geht's los. Der baut Eis mit einer Holzspitzhacke ab. Ich fass es nicht und er steht einfach drin und rafft es nicht. Äh, Stein. Oh no. Digga, what the f***. Wieso steht das dann nirgendwo? Okay, Jungs, pass auf. Ich mache jetzt einen kleinen Lifehack, okay? Geh mal nicht jetzt, Max, geh mal nicht hier vor mich. Max, komm rein. Max. Junge. So, und jetzt legt euch alle in ein Bett rein. Dann dodgen wir die Neid, okay? Au, Digga, der bringt dich um. Du, du bist down. Max, Max, hör auf. Achtung, hier vorne links ist ein Eisbär. Hier vorne links ist ein Eisbär. Der hat ein Junges dabei. Der ist immer aggressiv, wenn die einen Kalb haben. No joke. Oh mein Gott, das ist ja voll komplex geworden. Kann einer von euch den Eisbären ablenken und ich töte das Junge? Warum, Alter? Ey, dieses Schneebium ist geisteskrank groß. Ich verstehe es nicht. Ich bin überfordert. Ey, Bro, ich bin wirklich verwirrt. Ich weiß nicht, wie kann das, Digga, wie kann dieses Schneebium so groß sein? Ey, ich hab Tränen in den Augen, gell. Vor allem, wir haben von dem kleinen Jungeisbär weder Nahrung noch irgendwas. Wir töten das einfach. Wir machen die Mutter zutiefst traurig. Max, ich hoffe, wenn wir jetzt sterben, müssen wir den ganzen Tag nochmal laufen. Wenn wir jetzt sterben, dann spawnen wir das ganze Auto. Hier vorne, hier vorne, eben, hier vorne ist noch ein Village. Guck mal, Leute, wir gehen wieder klauen, Alter. Wir sind richtige Wikinger, Jungs. Die haben hier Kühe und alles. Oh mein Gott, hier machen wir die Neid, Alter. Hier machen wir die Neid. Kühe. Oh mein Gott, wir haben reingelackt. Ja. Endet. Ey, komm mal, ganz schön. Hier ist, was hier, was ist? Das ist eine Katze. Ey, Leute, hier vorne ist die Schneewelt vorbei. Wir haben es geschafft. Oh, was ist das denn? Der sieht ja sch*** aus. Guck mal. Das ist ein Kind. Wir wollen, wir lenken seine Elf. Willst du den mitnehmen? Willst du den mitnehmen? Kann man ihn mitnehmen? Sollen wir den entführen? Ja, lass ihn mitnehmen. Lass ihn mitnehmen. Was hast du jetzt? Hast du ihn in deinen LKW gelockt? Das ist doch kein LKW. Können wir den auch einzäunen und vermehren? Alter, ich habe so Bock auf Minecraft. Ich habe so Bock auf eine Menschenfarm. Lass den Eisbär klatschen. Komm, wir müssen den Eisbär jetzt töten. Lass den Eisbär töten. Geht auf Max, geht auf das Kind. Junge, ist das asozial. Wir wollten einfach nur ein Eisbär spielen. Ich wollte einfach nur ein Getreide-Farm haben. Wir töten Eisbär-Jungen und entführen Kinder und töten sie. Das ist ganz in eine falsche Richtung abgedriftet. Können wir bitte nochmal kurz sagen, wie geil es ist, dass wir jetzt gerade mal hier haben? Das ist so nice, oder? Digga, wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Ja, komm runter. Hallo, wir hier unten sind. Wir kommen runter hier. Nicht runterspringen, nicht runterspringen. Max. Das ist ein Trauer-Spiel. Max, hör auf. Steh doch nicht so dumm da rum. Hilf mir doch mal rüber. Steh doch einfach auf die andere Seite runter. Muss ich alles runtergehen und dann wieder hoch? Steht da und guckt mich an, die zwei Autos. Kann sein. Ey, das ist das Beste, was mir immer passiert ist. Ozean, Jungs. Ozean mit Grasfläche gepaart ist das Beste, weil im Ozean hat Schiffswracks und so weiter und so fort. Das ist OP. Oh, was? Echt jetzt? Das ist neu, Digga. Digga, man kann Schätze suchen, alles, Jungs. Oh, Scheiß auf Fortnite, Alter. Fortnite ist dead. Fortnite ist so dead jetzt. Oh, da vorne, da vorne. Insane, insane. Wir haben da vorne eine Graslandschaft. Oh, geil. Das ist ein geiles Biom. Ja, Mann, Digga. Wir kommen näher. Wir kommen näher, Jungs. Ja, Mann, Digga. Das ist geil, wie du da voll drin bist in dem Game. Ja, ich glaube, wir haben es. Wir haben es, Jungs, wir haben es. Okay, Jungs, könnt ihr ganz kurz eure Betten einfach auf den Boden stellen und kurz rätselig aufs Bett machen und pennen? Ich bin im Bett drin. Max, Max, leg dich schnell ins Bett. Du bist jetzt der Kernpunkt, der Ankerpunkt dieser Operation ins Bett legen. Mach jetzt. Max, ich finde euch doch nicht, Mann. Nein, du musst nur im Bett. Setz dein Bett hin, Alter, und geh pennen, Junge. Wir sterben uns. Komm nicht rein. Max! Mach, mach einfach. Ja, jetzt wird es Tag. Okay, nice. Gerade nochmal gedotscht, Junge. Oh Gott, Alter. Oh mein Gott. Max, du hast mir so Angst gemacht schon wieder. Kann man eine Lachs-Farm machen? Kann man auch, Max, ja. Echt jetzt? Oh mein Gott, eine Lachs-Farm ist das Erste, was wir machen. Claim, ich bin der Lachs-Skin, ich mache eine Lachs-Farm. Ich bin einfach nur... Bro, du bist ein Gottverdammter Goldfisch, oder? Fisch. Ey, gib mir mal ganz kurz was zu essen, Revi. Ich kann die ganze Zeit nicht sprinten. Das schickert mich. Hier, Max, geht zwei Brot. Alter, das ist halt assi, weil ich habe kein Essen machen. Ich habe dir noch was essen hingelegt, Bro. Ja, ist zu wenig. Ich bin fast tot. Ich brauche viel mehr. Ja, dann sag das doch, du Fettsack. Digga, kannst du mir einfach irgendein Fleisch braten? Nimm doch zwei Äpfel jetzt einfach, du Opfer. Wir werden diese Scheiß-Ocea noch finden, Jungs. Weil an einem Strand zu bauen, am besten ist wirklich Strand-Village in der Nähe. Und dann noch direkt so ein Wiesenbeon, wie hier. Ich baue jetzt hier meine Farm. Es ist mir egal. Nein. Nee, Max, wir bleiben nicht hier. Wir bleiben nicht hier. Das macht keinen Sinn, Bro. Das macht keinen Sinn. Wir suchen jetzt nach einer Beach. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Das ist doch geil, dass wir eine Aufgabe haben. Freu dich doch. Nein, das ist voll die beschissene Aufgabe. Ich will fast bauen, Digga. Das ist Minecraft und nicht die Gegend erkunden und suchen Strand-Craft. Wer ist das hier? Ist das eine Hexe? Oh mein Gott, weg da. Ich kann mich nicht holen. Der Typ mit dem Lamas. Mit dem können wir handeln, aber der hat nur Müll als Angebot. Brauchen wir nicht. Das ist ein Bastard. Okay, da vorne ist nochmal ein Village. Das können wir nochmal raiden und nochmal mitnehmen. So, und diesmal können wir theoretisch versuchen, ein Kind zu entführen. Hier ist ein Village. Das habe ich gerade schon gecallt. Ja, aber das ist ein großes Village. Kann ich die Fackeln hier mitnehmen einfach? Kannst du machen, ja. Das ist clever. Ein Sattel, ist der geil? Ja, auf jeden Fall. Hast du einen Sattel gefunden? Ja, ich habe einen Sattel gefunden. Ich habe auch einen Sattel. Geil, Alter, wir reiten jetzt einfach. Ja, sch*** auf Max. Was ist das für ein Sch***, Alter? Was ist das für ein Dorf? Hier sind nur Kinder und Betten und kleine Räume. Ja, das ist ein Kinderdorf, Alter. Das ist das Dorf von Joao Olli, Alter. Ist es der Ozean hier? Nein, niemals. Das ist doch nur eine kleine Sch***. Ich fahre jetzt weg. Komm mit mir. Komm her, Evi, nehm ich mich mit. Alter, man geht ja, kostet das weniger Essen. Ich kann nichts sehen. Kannst du dich kleiner machen, kann ich mich hinstellen? Drück F5, drück F5, drück F5, dann siehst du wieder was. Oh, normal. Aber das flackert schon wieder so komisch. Achso, dann noch einmal, ne? Warum sollte man eine Taste auch gedrückt halten, Alter? Von hier kamen wir doch gerade, oder? Nee, nee, nee. Ich glaube, wir hätten nicht zwei Wege. Wir kamen genau von hier. Das ist wirklich witzlos hier gerade. Ich habe das noch nie gehabt in meinem Leben. Aber das Ding ist, es kommt immer mehr Wasser hier. Seht ihr das? Es ist immer mehr Wasser. Ja, ja, das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Weil das ist wirklich seltsam. Also ich habe das noch nie erlebt in meinen ganzen Jahren, wo ich dieses Game spiele, Mann. Das ist so unglaublich lange dauert, bis man hier Sch*** Ozean findet, Alter. Das kann nicht sein. An diesem würde ich jetzt einfach fliegen. Mich nervt es nämlich. Mich nervt es wirklich. Wer hat den Server denn gemacht? Einer meiner Admins, ja. Ja, dann kannst du ihn doch dafür flamen, wenn wir nichts finden. Nee, weil er kann ja nichts dafür, wie die Map generiert, du Vogel. Da hat es den Tempel und den Schiffwreck. Leute, wir haben es geschafft, Mann. Wir sind angekommen. Finally, Mann. Wir sind angekommen. Ja, noch nicht. Ey, das ist so geistkrank schön, Mann. Jetzt überall tropische Fische und alles. Oh mein Gott. Halt die Fresse, du Assi, Alter. Ey, hier vorne ist ein Dschungelbiom. Ultra nice. Dann hat es hier ein Schiffwreck direkt. Da ist ein mieser Biom. So, jetzt wird Feuer gemacht, Alter. So, ich bin der 2500 und 3000 circa. Wir kommen langsam an. Alter, hier fackelt der ganze Wald, Mann. Ist das geil. Oh Mann, du machst das ohne uns. Ist nicht so schlimm. Ist doch nicht ohne uns. Ist nicht so schlimm. Ich fühle es gerade ein bisschen zu sehr. Ich habe auch übel Bock. Willst du morgen wieder einen Minecraft-Stream machen oder so? Ja, das kann gut passieren, Alter. Und ich wäre vollkommen dabei. Wir müssen die WhatsApp-Gruppe aufmachen. Minecraft-Youtuber. Max, glaub mir, das ist ein Schritt nach vorne. Das ist ein unendlich geiles Ding. Wir müssen eigentlich, eigentlich müssen wir da noch an diese Dac dazu holen. Diese Kombination aus diesen zwei Wörtern ist einfach insane. Jungs, sag mir mal nicht, dass das hier nicht geil ist. Sag mal, wie sieht es hier aus? Okay, das ist hier, okay. Okay, guck mal, geradeaus vor uns, Digger. Einen Riff, ein Korallen-Riff mit einem untergegangenen Schiff. Digga, es gibt da geisteskrank geile Fiche. Es gibt da, es gibt da, wir haben hier eine eigene Private-Beach, Jungs. Ey, stellt eure Betten hin. Ich baue uns jetzt erstmal eine kleine Beach-Cabana, wo wir drin pennen können. Auf geht's, Alter. Ist geil. Jetzt fühle ich es gerade doch mal. Oh, jetzt ist es geil. Jetzt ist es geil. Ich habe jetzt gerade Power-Spike an Bock. Gib mir die Kartoffel. Okay, Max, hier. Okay, Bro, ich tauche mal ganz kurz in das Riff rein und gucke mal, was da so abgeht. Oh, Jungs, ey, das mit dem Korallen-Riff ist so killer. Oh, hier hat es jetzt ein Delfin, Alter. Wo, 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 wo? Ich habe eine Seegurke, Jungs. Ich bin der Farmer. Finger weg vom Getreide. Was hast du gemacht? Ich kann das düngen mit Knochenmehl. Alter. Ja. Ist das geil oder ist das beschissen? Das ist geil, ja, ja. Hey, wieso sind denn hier Bäume jetzt? Digga, die habe ich hier hingesetzt, damit wir ein bisschen Lichter mit haben können. Aber ich glaube, wir machen es anders, weil das sieht hässlich aus. Bisschen was? Licht, wir brauchen hier Fackeln. Ja, sonst spawnen hier Monster und trampeln unser Feld kaputt. Willst du das? Trampeln hier auch das Gemüse kaputt. Weißt du, wenn man hier rüber geht, ist das dann kaputt? Ja, mach mal lieber nicht. Dann ist es kaputt. Springen wir da drauf. Ja, kaputt. Schön, Max, die Abenteuer, die du hier gerade erlebst, das ist echt, das ist gerade, ich fühle mich gerade, als würde ich meinem Sohn irgendwas beibringen. Nur, dass mein Sohn halt, glaube ich, nicht so behindert wäre wie du. Vielleicht, jetzt kann ich die schon abfahren, die Kartoffel? Ja, mach mal. Guck mal, es kamen zwei Stück raus. Kannst du jetzt in einer anderen Ecke anpflanzen. Was ist denn eigentlich mit diesen Monstern? Wieso spawnen hier keine, Digga? Okay, ich bring mich an. Ist hier keine Monster spawnen? Nein, Bro, ich will Skelette farmen. Ich hab ein Hundi! Kann man eine Hundefarm machen? Können wir auch machen, ja, Max. Ich nenne den Hund Trimax. Der Hund heißt Kevin. Okay, mein Hund heißt Kevin. Das passt. Der Hund heißt Kevin, Leute. Der Hund heißt Kevin. Ey, ich verstehe es nicht, Leute. Ich habe Difficulty jetzt auf Hard gesetzt. Nein, Digga, mach das mal nicht. Doch, doch. Ich will doch nur Skelette, Alter. Oder soll ich einen Ficktex nur für... Oh, Leute, random. Guck mal da vorne, da hat es einen Skelette-Reiter. Fuck. Hier ist ein Bambusbillon mit Pandas. Ja, ich weiß, hier ist es, aber hier sind keine Pandas. Doch, Leute, da ist einer. Geil. Hier ist ein Panda. Wie nice. Wie viel Leben bringt Panda-Fleisch? Max, Bro, du kannst nicht einfach alles essen, Mann. Du hast wirklich ein Problem, Digga, ehrlich. Ey, ich habe mich komplett verlaufen, Alter. Wo muss ich hin? Geh mir deine Koordinaten, bitte, Max. Nein, du musst deine Koordinaten. Du musst sie dir aufschreien, dass du sie immer wieder hierher findest. Mein Gott, Alter. Merkt euch die Koordinaten von unserer Basis. Ich sage es jetzt einmal durch. Ihr schreibt sie euch alle auf und merkt sie auf. Okay? Wieso ist der jetzt auf einmal so der Chef, Romatra? Was ist denn mit ihm? Drei, sieben, sieben, acht? Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Leute, ich habe Diamanten gefunden. Echt? Nein, das ist Labislazuli. Ich wurde gejibatet, Alter. Können im Dschungel nicht sogar Melonen wachsen, Leute? Ja, ne? Ja, Melonen sind geil. Die geben richtig Leben. Und untrinken. Ne, das war ein anderes Spiel. Trinken, Alter. Das ist hier in einem Sch***-Diotop. Alles ist tot. Ihr lebt nichts. Für einen Zaubertisch. Du musst essen. Ne, ne, warte, komm mal her. Ich gebe dir was zu essen. Komm mal her. Komm her. Hier. Den Fisch essen. Dann wirst du wieder voll regeneriert. Ist ein Prank. Ist ein giftiger Kugelfisch. Bist du behindert, Junge? Ich habe den gekocht. Dann kannst du ihn essen, Digga. Pufferfisch abgelehnt. Bist du okay? Krass. Das ist ein ganz schlechter Prank. Digga, du bist wirklich dumm, Alter. Du bist wirklich dumm. Weißt du das? Okay, jetzt mal ganz hand... Du musst jetzt komplett ernst sein? Ja. Kann ich ihn wirklich essen? Ja, natürlich kannst du ihn essen. Okay, dann gib her. Rechtsklick. Kann man mit Gold geiles machen? Kann man mit Gold irgendwas geiles machen? Ja, wow. Bin ich jetzt tot? Ist er echt gestorben? Hast du ihn umgebracht? Nein, nein, nein. Er steht hier noch. Max. So schlecht, ich wusste es. Aber hier, warte. Max, hier, hier. Das kannst du essen. Giftige Kartoffel. Ist das low, Alter. Wow, Rennig. üss. Whisper. Hast du noch brauche? houston? ucht SD